ja vielleicht ist der stream jetzt schon wieder online oder ist er wieder live leute ganz ehrlich ist manchmal so die verarschung für was für was machen wir hier okay jetzt nur liquid fuel ich hoffe es nimmt jetzt schon auf okay jetzt sehe ich das live ist ja leute erstens das spiel stürzt ab zweitens oder eben das spiel ist abgestürzt und zweitens ja es hat nichts gespeichert danke spiel du bist wirklich sehr nett zu deinem spieler ja man es ist so unglaublich nervig aber ja was will man machen jetzt ich werde einfach hier jetzt versuchen so gut wie möglich das nachzubauen und so schnell wie möglich weil wir haben jetzt schon so lange zeit eigentlich schon gebraucht für ja das was wir vorhin hatten und jetzt ist alles wieder verschwendet er ist so nervig aber zum glück müssen wir ja jetzt das meiste nicht mehr überlegen trotzdem ist es unglaublich unglaublich unnötig es braucht man so so nicht gut aber speichert ich habe jetzt aus meinem fehler gelernt unbedingt speichern also wenn die auf der playstation spielt oder auf dem pc kann es auch passieren je nachdem was für ein leistungsstarker pc dass ihr habt aber speichert wirklich viel beim spiel oder bei diesem spiel oder anderen spielen wo es schnell abcrasht und so ist es ist unnötig aber ja wie gesagt was will man machen hier ich glaube wir hatten vorhin so oder so nein nein lassen wir so ok safe kraft ich werde das hier dann als zweiter teil einfach aufladen jetzt habe ich es genau umgekehrt ok jetzt noch mal das mit den tanks ah nein als erstes müssen wir sehr noch verschachteln oder umschließen so dieses mal haben wir ja schon die gewünschte größe warum so hallo ja ganz in rom sieht gar nicht schlecht aus und jetzt hier natürlich so abschließen ok ist noch größer als das vorherige weil halt ja auch jetzt die ganze abrundung ganz anders verlaufen ist vorhin war es viel breiter also unten ok noch mal das gleiche wie vorhin große tanks aber nur ein dass es nicht herumbackt es packt schon jetzt herum ich glaube wir haben zu viele teile oh ganz wichtig das hier nach oben und der poker muss natürlich auch noch wieder kommen so rhino düsen also nichts gegen die spielermacher das spiel ist nice macht auch spaß so seine eigenen teile bauen zu können um mit denen herum zu fliegen aber so von der performance auf der playstation ist nicht ganz so gelungen das ist noch schöner ja ok ja ok wir hatten auch probleme mit den rädern und auch gestern schon mit den füßen von von unserer kapsel das landing gear war nicht gerade on point ja aber ich glaube auch auf dem pc ist es so dass es Schwierigkeiten gibt ok ist eigentlich nochmal das gleiche wie vorhin ja 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 das kennen wir ich speicher aber jetzt weil wir die rakete hier haben so save craft immer wichtig dann die hier eigentlich genau das gleiche es tut mir leid leute es tut mir wirklich leid dass ihr jetzt nochmal das gleiche antun müsst es ist so nervig auch für mich so unnötig das hat man bei keinem spiel gerne ich hatte das auch früher immer ab und zu bei pokemon wenn irgendwie ja keine ahnung die idee jetzt ein bisschen beschädigt war oder halt auch beim gameboy advance war es so beim gameboy advance vor allem wenn man irgendwie an an die karte rangekommen ist und irgendwie wackelkontakt hatte und das spiel dann abgeschmiert ist irgendwie während dem kampf oder wenn man noch nicht gespeichert hat das ist immer so höllisch nervig dann muss man alles nochmal machen und man hat es ja schon im kopf weil man es ja schon vorher gemacht hat so ist immer nervig gut jetzt kommt wieder stunde der wahrheit bis jetzt noch kein absturz wow wow hat es hier keine größen adapter scheiße müssen wir wahrscheinlich die hier unten nehmen die hier nehmen es hat platziert obwohl ich der cursor gar nicht dort hatte dann runden wir die einfach komisch ab i know i know ähm es gibt doch auch solche hier oben ja hm könnten wir oh falsche richtung könnten es eigentlich so machen oder ja sieht nicht ganz so geil aus ich glaube es ist auch nicht so aerodynamisch you are out ja ja das sieht besser aus wir können wir auch diesen teil noch befestigen ja ja sieht jedenfalls nicht mehr allzu schäbig aus so dann noch die spitzen perfekt und es kommt auch eigentlich nicht an das ganze teil dran es sollte dann auch befestigt bleiben hm sollte gehen sollte außer wir müssen dann vielleicht trotzdem noch paar befestigungen machen damit es wirklich nicht schwankt hier oben weil es wird ja sehr klein gegen oben hin i don't know so kleine hier irgendwie hier an diesen auch irgendwie mal 6 ja die machen wir gleich hier hin hä hä ich begreife manchmal das spiel so nicht ich stelle extra vorhin 1 x 6 dann platziere ich es wieder einzeln so hä danke spiel dankeschön gut dann machen wir hier einfach die seile drauf und bora geräusche äh so ich glaube das von der höhe her oder winkel her ist das gut please ja ok ich weiß nicht ob es riesigen einfluss nehmen wird wahrscheinlich nicht aber es wäre geil man kann jetzt eigentlich hier die teile auch noch so gegen unten machen das äh auch wie verankert ist ich weiß nicht ob das irgendwas nützt leute aber ich habe es auch schon in videos gesehen so bei übergängen es ist wieder einzeln ey was ist mit dem scheiß programm los ohne scheiß tausend mal einstellen jedes mal immer der gleiche kack danke spiel bringt mich langsam auf die palme also so schlecht wirklich hier wechselt es auch nicht ich begreife es nicht was die rangehensweise wie es funktioniert wie man genau irgendwas anwählen muss oder ey wie lange das jetzt dauert bis sowas überhaupt geladen hat nice ah schaut auch ein bisschen raus perfekt speichern unbedingt gut jetzt kommt nur noch das letzte und das ist eigentlich hier das ganze zeug mit dem verbinden also ich nehme jetzt mal an dass es doppelt ist wenn nicht stelle ich es jetzt hier ein ja ich mache es ein bisschen weiter hier oben gut und es hält auch nice hier unbedingt noch ist zwar oben verbunden aber mit dieser kabine nicht ich will einfach dass das meiste miteinander verbunden ist hier ist dann mit dem separator verbunden wegen dem machen wir dann hier unten dass die düsen hier nicht oder die antriebe nicht wackeln voneinander weg oder generell einfach so gut sollte jetzt stabil sein haben auch das meiste wir brauchen nicht mal flügel glaube ich ja viele sorry vielleicht vielleicht trotzdem ähm warum leckt es wenn also es leckt jedes mal wenn man in den cursor reingeht reingeht wieder bestes deutsch i know ja ok die sind auch nicht so groß ja die sind kleiner sind auch nicht größer ich glaube halt weil wir auch nicht flugzeugteile gekauft haben ja ok dann lassen wir das gut jetzt noch schnell das hier das mit dem das ist hier oben was ist hier hat es dann ganz am schluss das kommt eigentlich dann putten wir die hier hin nehmen wir den hier raus und machen wir gleich mit der düse die auch angeschlossen ist hier und dann eigentlich das ja es ist eigentlich gut und science punkte müssen wir ja noch nichts machen vielleicht das einzige wichtige was wir können also machen könnten sind die solar panels irgendwie ja machen wir auf kasten 10 toggle hier auch toggle ah sind gleich alle gut vielleicht müssen wir jetzt dann noch schnell zum astronauten komplex gehen jetzt ist valentina hier wir können engineer reinpacken aber wir brauchen schon noch einen scientist ja ok sorry dann gehen wir schnell space center und hoffen wir jetzt mal dass wir das endlich starten können das teil wir haben jetzt wirklich lange an dieser rakete gesessen und wenn dann nichts klappt ja ok der versuch war es wert vor allem werde ich dann jedenfalls diese seitlichen solar panels wegnehmen wenn das nicht klappt dann werden wir die einzelnen irgendwie rauf befördern oder irgendwie zu zweit an einer kleinen rakete und die bringt uns dann zu zu der raumstation ok ähm ah ist gleich hier Dancil du bist engagiert Sherlock du bist engagiert Alski du bist engagiert ja Piloten haben wir genug ja Derry kann auch noch mit gehen gut wow dass man diesen schritt nicht einfach auch schon oder das automatisch macht weil hier spielt ja das wegen dem Geld eh keine Rolle dann wäre es eigentlich nur vom Vorteil wenn es schon automatisch machen würde vielleicht gibt es auch irgendwo eine Einstellung die ich verpasst habe wahrscheinlich schon so ähm ok bis jetzt sind nur weibliche Kärmanns auf auf der Raumstation ja Bill du hast es schön dort ja ok wir machen noch einen Pilot rein so als Sicherheit wir füllen auch irgendwie die Station dass wir ein bisschen ja Leute dort drin haben gut ähm ja vielleicht ein Austausch Scientisten und vielleicht noch ein Engineer so ok OptiNobil denen geht es wirklich gut die haben wirklich schöne Zeiten vor sich ok ok jetzt hoffen wir einfach das Baby kann hier fliegen ich weiss ja nicht wenn das mit den Düsen die ich jetzt hier gemacht habe mit diesen Atom äh Treib äh Antriebe Mann ich ich hab richtig Schwierigkeiten mit dem Wort Antrieb jedes Mal will ich irgendwas anderes sagen ey also mit den Atomik Antrieben wenn das sehr gut funktioniert könnten wir sogar vielleicht zum Mond gehen mit dieser Station wir können ja jedes Mal irgendwie die Rakete ein bisschen einfahren also ja ok je nachdem welches oder was wir dann hinzufügen noch ok ok Valentina du bist die Hoffnung von allen hier verkackst nicht wir machen nördlicher ok ich geh ein bisschen weg ja 126 sieht gar nicht mal so schlecht aus und go also stabil ist sie ok ok ja sieht richtig nice aus Leute wie viel Strom haben wir eigentlich ok 2000 geht noch ja ich würde sagen wir machen wieder ein Gravity oh nein oh nein ich habe auch bemerkt wir sind äh von der Position her mit der Rakete nicht ganz so optimal wegen dem drehe ich die Rakete jetzt noch weil ich will nicht dass wenn wenn wir irgendwie so fliegen und der Horizont hier unterhalb von uns ist dass irgendwie beim decappen die Raketen so voneinander gehen und einer auf uns fliegt das kann ja sehr schnell passieren und ja lieber mache ich das jetzt bevor das noch irgendwas passiert so ok wow ok die sind alle noch noch drin keine ahnung warum ich jetzt nochmal gespeichert habe sorry Leute aber der Start war nicht ganz so stark wie ich gedacht hätte von Anfang an oh mein Gott ich bin auch so blöde wir müssen nochmal zurück gehen ich hab ich hab der wichtigste Teil vergessen nein ich wollte eigentlich dass die äußeren Tanks mit dem inneren zusammen sind dass wir alle gleichzeitig starten können oh man warum keine ahnung warum ich das jetzt hier vergessen habe sorry und wenn das irgendwie trotzdem nicht klappt dann nehmen wir einfach ja wie gesagt eine Reihe unten weg mhm können wir ja gut machen wir haben ja oberhalb von den äh Antrieben ich glaube so zwei Tanks oberhalb haben wir ja die die Kappler hin platziert wegen dem äh können wir das noch gut machen also auch schnell gut genau das hier absolut das wichtigste ja ich platziere es jetzt lieber oben immer ey das ist doch ein Witz warum ah ey ey das Menü ist noch schlimmer als die Bugs hier so so doppelt danke also wenn das Spiel heute jetzt noch einmal abstürzt dann würden wir morgen weitermachen ok save und jetzt please gut das ist auch noch richtig ja es ist schon längstens nicht mehr Unlimited Version 1 I know wahrscheinlich schon Unlimited 4000 so wie unser Mooncrawler aber der war auch schlecht also ja so semi schlecht ja so please funktionier jetzt ah ok nice und volle Schub ja ich würde sagen let's go endlich es ist immer noch zu schwer ich drücke mich schon ein bisschen gegen rechts wieder dass wir so 75 Grad haben sieht ja eigentlich bis jetzt noch nicht schlecht aus also ich muss ein bisschen entgegen halten es wackelt immer ein bisschen aber langsam wird er schneller aber langsam wird er schneller aber ich kann ihn nicht mehr kontrollieren geht nicht mehr ganz gegen rechts er geht gegen um ok 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 jetzt jetzt gehen wir langsam gegen das Prograde ok 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 ist noch gerade gut abgelaufen gut 45 Grad gut 45 Grad gut 45 Grad ja jetzt müssen wir halt ein bisschen hier auf dieser Strecke bleiben ok 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 irgendwann sind die Düsen dann auch zu ende wir müssen einfach Geschwindigkeit aufbauen jetzt ist dann die Phase gleich vorbei ich glaube wir werden um einiges leichter weil es sind halt schon zwei riesen Raketen die uns hier eigentlich rauf befördern oh wir können schon ein bisschen tiefer gehen oha ok gar nicht mal so schlecht für dich jetzt ok wir sind jetzt schon so hier auf dem Weg wir haben auch schon 1000 Felken Heavy das ist unsere Felken Heavy wartet wartet ich habe das Spiel was du hast die maximale Amount von Re... ... 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 Okay. Ich bewege nach unten, aber es macht nichts. Danke, Spiel. Es könnte noch gut möglich sein, dass wir rauskommen. Ich weiß gar nicht. Ich schaue jetzt mal schnell nach. Oh. Ja, okay. Geben wir noch ein bisschen Gas. Ja, okay. Wir haben nicht mal 2000 Geschwindigkeit. Okay. Zum Glück habe ich es jetzt noch ein bisschen gesehen. Wir können jetzt noch... Okay, wir haben noch 14 Sekunden. Ja, sollte gehen. Zum Glück habe ich es noch vorzeitig gemerkt, sonst wären wir schon wieder Richtung runter gewesen. Ist dann auch nicht geil. Wie wir einfach wackeln. Also das ist einfach das vordere Teil. Jetzt geht es langsam in die gewünschte Höhe, die ich will. Ist ja etwa bei 70.000, glaube ich. Ja, 100.000. Ja, mit dem kann ich leben. Gut, Leute. Wir verlieren wahrscheinlich auch nicht allzu fest an Geschwindigkeit. Es ist wirklich schön beim Nordpol. Gut. Gehen wir mal zur Rakete. Okay, es hat noch Antrieb. Das ist gut. Das reicht gleich. Perfekt. Perfekt. Richtig nice. Es ist eh immer gut, wenn man es eigentlich schafft, irgendwie die Rakete trotzdem dorthin zu bekommen. Jetzt müssen wir halt wahrscheinlich ein bisschen Zeit beschleunigen. Weil wir müssen halt schon, ah, jetzt sind wir im Weltall. Gut, dann müssen wir jedenfalls nicht mehr die Befürchtung haben, dass irgendwie, dass wir noch runterfallen. Wow. Ja, das, das finde ich jetzt komisch. Wie kann ich da noch save game? Ja, wie kann ich die Lieden während dem? Oder bei laut. Oh Gott. Äh, ja, dann machen wir Quicksave 1. Also das wusste ich nicht. Dass man nicht unendlich viele machen kann. Warum auch immer. So, und wir speichern jetzt hier das Ganze. Äh, ja, Quicksave LOL. Das ist jetzt unser neuer Quicksave Stand und wir speichern hier immer das letzte ab. Oh Mann, diese, manchmal diese Probleme, die hier so entstehen, aus dem Nichts. Okay, ich mache jetzt mal das Manöver, damit wir vielleicht schon mit der Rakete in diese Richtung gehen können. Okay, ähm, wie viel wäre hier? 100. Und hier unten ist dann 120. Und hier unten ist dann 120. jeweils der Höchste oder der Tiefste Punkt haben. Bringt ja auch im Endeffekt dann nichts. Wartet. Wir müssen sieben Sekunden Gas geben. Yo, was habe ich dann, was habe ich für ein Gravity Run? Oh shit, wir gehen ja wirklich richtig weit. Okay, war gar nicht so schlecht, obwohl es so gewackelt hat. Es hat wirklich schlimm gewackelt. Aber jetzt zum Steuern hier geht es eigentlich noch. Ich finde komisch, dass wir noch die andere Stufe haben. Die wäre so für nichts gewesen. Wir hätten alles geschafft und hätten sogar... Wir hätten weniger Gewicht gehabt, wenn ich das... Oh, yo. Weiß man leider einfach immer zu spät. Solche Momente halt. Okay, wir haben Empfang von hier. I don't know, was dort ist. Wahrscheinlich wieder ein Berg. Ist einfach... Hier geht der Weg. Ist ja eigentlich gar nicht mal so weit entfernt. Gut, ah, wir sind drauf. Eigentlich das wollte ich nur. Sorry für die Geräusche im Hintergrund. Ich wusste nicht mal, wir hätten Besuch. Fällt sicherlich einfach ein Kind. Out of nowhere. Gut. Ich speichere lieber wieder. Ah nein, jetzt muss ich dann wieder... Oder jedes Mal LOL eingeben. Oh, LOL. Ja, überschreiben. Danke. So. Nice. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist so super. Und vor allem noch ein guter. 105 und hier. 101. Ja, 4000 Unterschied. Perfekt. Das ist immer gut. So, ähm. Ja, eigentlich können wir. Wir haben immer noch so viel Sprit. Das ist übertrieben. Ja, ich würde sagen, wir die kappeln, die hintere Rakete, also der größere Bereich, das kappeln wir jetzt mal ab. Und lassen noch den unteren Teil dran. So. Dann haben wir jedenfalls hier das ganze Teil, wenn wir irgendwie noch andocken müssen. Leute. Wir haben... So Fruster vergessen. Okay. Egal, was an uns andocken will. Wir müssen es hier manuell steuern und, äh, an dem anderen Teil eigentlich die Monopropelane draufpacken. Ey, wir haben das geschafft. Wir haben einfach die Solar Paddles hier drauf befördert, ey, ohne Kack. Ich hätte das jetzt niemals, niemals gedacht. Also wirklich, true, niemals hätte ich es gedacht. Okay. Haben wir jetzt überhaupt noch Strom? Ich glaube, das ist, was wir jetzt machen müssen. Ich speichere hier. Safe Game. Ich hoffe, das kommt gut, Leute. Das erste Decoupling im Teil. Ich frage mich jetzt gerade, wo ich die Karte... Ähm, Leute. Also ich platziere schnell meine Facecam um. Weil ich will unten links die Fruster-Anzeige sehen. Video-Einstellung der Kamera. Ich packe mich jetzt einfach unten rechts hin. Ja, safe. Gut. Hey, Leute, wenn wir es jetzt nicht mal anwählen können. Control from here. Okay. Docking Mode. Einfach das. Oh mein Gott. Ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Die Couple-Mode. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Das wird jetzt richtig pain in die ass. Set as target. Nein. Ich weiß nicht, wohin drücken. Okay. So geht es nach unten, wenn ich gegen links drücke. Macht auch sehr viel Sinn. Okay. So kann ich eigentlich das Ganze steuern. Ich hoffe. Was mache ich hier? Ich könnte auch... Ich könnte jetzt eigentlich den unteren Teil... Ich bin hier in diesem Teil. Okay. Machen Sie es jetzt einfach so. Wir drehen das Teil hier. So. Und dann wechseln wir wieder auf diesen Punkt. Hä? Warum geht das jetzt? Ah, ich bin im falschen Stadium. Uh. So. Oh mein Gott. Ich bin so doomed. Zum Glück habe ich gespeichert. Was habe ich hier nur gebaut? Was habe ich hier nur gebaut? Gut. So. Ah, wir haben den unteren markiert. Oh, so dumm. Falscher Weg. Okay. Leute. Wir laden das Ganze nochmal neu. Weil ich habe kein einziges Monopropellar mehr. Scheiß. Was ist das so schlimm? Oh Mann. Es war ja irgendwie klar, dass sowas passiert. Oh Mann. Tausend Jahre später. Also ich... Ich deplatziere es. Drehe die ganze Station. Damit wir einfach zurückfliegen können und uns aufstellen können. So. Die Couple Mode. Oh. Oh. Wir machen einfach jetzt, dass es ein bisschen stehen bleibt. Sie hat das umwechseln wieder. So. Vielleicht noch so. Genau. Hier. Wieder zurück wechseln. Genau. Gut. Ich glaube, es ist vielleicht auch noch gut, wenn wir ein neuer Spiel oder Speicherpunkt machen. Save Game. Doc. So. Oh. Okay. Sieht gar nicht mal jetzt so schlecht aus. Ah, wir können gegen Target. Ja, Mann, Leute. Was? Was war denn das für ein Move? So. Oh. Man kann gegen Target. Pfff. Gleich geklappt. Ey, Leute. Einfach GG. Und es ist genau so, wie ich eigentlich von der Richtung her wollte. GG. GG, Leute. Wirklich GG. Ey. Holy shit. Das hätte ich niemals erwartet. Eigentlich Docking ist Königsdisziplin hier, fast in diesem Spiel. Wegen dem... Yo. Okay. Und bevor das jetzt... Unser... Unser Craft hier komplett... Äh. Ohne Strom ist. Oh. Oh. Die dürfen wir natürlich nicht ausfahren lassen. Gut. Jetzt haben sie wenn schon Strom. Ich glaube, es ist trotzdem noch nicht die beste Entscheidung, die Panels hier zu haben. Vielleicht fliegen wir noch dagegen. Sieht eigentlich gut aus wegen dem Electric Charge. Okay, dann äh... Ich würde sagen, nochmal zumachen hier das Zeug. Gut. Wir müssen jetzt das Teil natürlich noch ein bisschen drehen. Ich will es wieder auf die helle Seite bringen. Dann sehen wir auch viel besser. So. Wir bauen so richtig unsere Raumstation auf. Ohne... Ohne Kack, Leute. Ich habe das bis jetzt noch nie geschafft, so... So... Eine Raumstation... Mit mehreren Teilen zu machen. Ich habe eigentlich meistens immer nur solche Science-Teile... Gehabt. So. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre fast wieder am besten, wenn wir einen Speicherpunkt setzen. Quick Save... Oh. Quick Save LOL. Ja. Überschreiben. Wir müssen wahrscheinlich dann wieder zurück wechseln, weil... Das hat ja vorhin schon richtig weit weg gespickt. Die Couple Mode. Und dann hier... Hier auf Pitch gehen. Warum fliegen wir nach Rom? Warum fliegen wir nach Rom? Ich glaube, jetzt sind wir relativ langsam geworden. Ähm. Hallo? Wo ist Mauscursor? Mauscursor? Ähm. Falscher Weg. Bisschen drehen. Gut. Und zu dem hier. Ist manchmal so belastend. Set das Target. Ah. ich habe glaube ich glaube komplett verkackt Leute ich komme gerade wieder ich muss schnell aufs Klo sorry ich komme gleich wieder ich muss schnell aufs Klo ich muss schnell aufs Klo so Tut mir leid Okay, wie es aussieht, muss man diesen Cursor oder das Target erst anvisieren, wenn man wirklich in der Nähe ist und es auch was bringt und wenn man still steht in der Luft oder ja halt wo auch immer, dass man gerade herumfliegt Eigentlich sollte man dann Pro-Grade und Retro-Grade fast gebrauchen Okay Jetzt nochmal das gleiche Teil Gut, die Couple-Mode Dann Gut Eigentlich ist es jetzt gerade perfekt am Ort Er geht ein bisschen in die Luft Ah, okay So, dann drehen wir Das hier schnell Gut Kommt nicht dran So Ey Sieht fast zu gut aus Wegen dem Safe Ich hier Wieder Dock Na, ich sollte es ein bisschen abkürzen Wahrscheinlich Dock Gut Jetzt hier wieder das reinpacken Und natürlich hier das Ziel markieren Set as Target Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen warten sollen Ich mache noch hier schnell eine Drehung Ja, so sind wir dann Gerade Das können wir dann auch auskorrigieren Also das mit Sicherheit Ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen reicht Ja, okay Ich bin mir nicht allzu sicher Es sieht gut aus Ganz Sachte Mit sehr viel Fingerspitzengefühl Ich hoffe es reicht Please Please Ja Leute Wir haben es wirklich geschafft Ey Tausend Jahre Oh Ich weiß jetzt nicht, ob wir das vielleicht noch auskorrigieren sollten Wartet Ich speichere lieber Bevor das irgendwas passiert Lol Ja Und wenn halt Das dann Nicht auf Anhieb Geh Funktioniert Dann Ist es halt so Ähm Decap Decap Decapeln Äh Undock Dann halt So Wir müssen es wieder markieren Hallo Okay Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu Zu schnell Er ist wieder Bisschen schief Das verstehe ich nicht Warum ist er immer schief Ist halt auch ein blöder Winkel Man sieht es auch nicht Okay So ist So ist richtig Ja Wir müssen wahrscheinlich wieder auf Docking Switchen Vorhin hat es aber auch Relativ viel verbraucht Ich glaube vorhin war es schon gut Gut genug Ja Laden wir den anderen Spielstand Dann ist es halt ein bisschen durcheinander Das können wir auch irgendwie Vielleicht noch besser anschauen Aber wir sind eh jetzt fertig hier Mit dem ersten Teil von Der Raumstation Ja Kommt ja noch ein Forschungsmodul dazu Ja Das wird dann ein bisschen kleiner sein Und Hat auch dann Größere Fläche Die man Äh Bei dem man Andocken kann Also wegen dem Sollte es dann Viel einfacher sein Bei diesem Punkt Weil Die hier waren wirklich Das Schwierigste Gut Und jetzt Schauen wir mal Die ganze Schönheit mal An Oh 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 aber so finde ich auch gar nicht mal so schlecht Wir haben wie ein X gemacht Ja not bad Ja nice Genug Elektronik Damit wir alles beleuchten können Perfekt Ähm Habe ich Habe ich überhaupt Antennen hier rein Gemacht Leute Ich glaube ich habe sogar Antennen vergessen Ja Leute Ich glaube das wäre es dann Alter was Was Jetzt habe ich noch die Düsen angeschaltet So Leute Ja okay Vielen Dank fürs Zusehen Ähm Wir haben jetzt trotzdem Ein bisschen machen können Haben jetzt Trotzdem Eine Station oben Die funktioniert Leider noch nicht ganz Weil halt Das Wissenschaftsmodul Nicht äh Ja Funktionieren kann Hier ohne Irgendwelche Daten Und Die Brauchen wir natürlich noch Und das Kommt dann alles Morgen hier Auf diese Plattform Drauf Nice Ja Leute Wie schon gesagt Vielen Dank fürs Zusehen Ich wünsche euch Einen schönen Tag Und morgen Um 2 Uhr Nachmittag Sollte es eigentlich wieder weiter gehen Je nachdem ob Morgen dann wieder Gewisse Lärm Besteht oder nicht Hoffen wir jetzt mal nicht Okay Leute Bis zum nächsten Mal Man sieht sich Bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal